Okay, mal sehen, was ich wohl bekommen werde. Ich hoffe, ich habe Glück. Aha, ich habe mehr bekommen. Austin, schau mal, das ist voll weiß. Hey, was machst du denn da, Bella? Boah, nee, jetzt muss ich niesen. Hey, was machen die da? Ist alles in Ordnung, Betty. Boah, jetzt bin ich total weiß. Bitte sehr, Leute, das ist für euch. Hey, was machst du da? Wir können nichts mehr sehen. Ich kann gar nicht genug davon. Bist du bereit, Bella? Und Bella kriegt... Gurken. Sieht wirklich eklig aus. Lass dich mal anfassen. Hör auf, Austin. Was ist das wohl? Oh, nee, das riecht gar nicht gut. Das muss was Ekliges sein. Na los, hilf ihr. Ah! Oh, ist das ekelhaft. Das sind ja Essiggurken. Ich komme nicht raus. Wie soll ich den Geruch loswerden? Ach, du Arme. Die schmecken aber viel besser, als ich gedacht habe. Ich will Glück haben. Diesmal bitte, bitte. Und Betty kriegt Seifenblasen. Wow, wie cool ist das denn? Wow, wie cool ist das denn? Los geht's. Wow, wow. Du hast uns nass gemacht. Yeah, wir haben hier voll die Schaumparty. Hey, wo ist Betty? Leute, schaut mal. Ich bin voller Schaum. Ich liebe Schaum. Ich auch. Das macht voll viel Spaß. Ich bin bereit. Was werde ich wohl bekommen? Austin kriegt was Pikantes. Ich frage mich, ob er diese Nudeln hier mögen wird. Ah, die sind ganz schön heiß. Die will ich gar nicht erst anfassen. Austin, viel Spaß. Okay, ich kann das schaffen. Was ist das denn? Oh, ich mag Nudeln. Leckerschmecker. Oh nein, 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 nein. Die sind viel zu scharf. Ich muss hier raus. Das ist gar nicht auszuhalten. Du Armer. Halte durch. Mann, wie sah der denn aus? Das kannst du laut sagen. Ich muss mich etwas aufwärmen? Oh, sorry, Austin. Okay, los geht's. Oh, sieht so aus, als hätte Betty was Leckeres bekommen. Was ist das? Das ist Schlagsahne. Schau mal, die wird da gleich wirklich reintauchen. Okay, ich bin bereit. Los geht's. Yeah. Fantastisch. Die wollen wir noch beschmieren. Yeah, das macht voll viel Spaß. Und schmeckt auch noch? Dann schaut mal, wie ich aussehe. Leute, was ist denn da? Äh, komm mal zurück, Bella. Ja, genau. Zieh einen Ballon. Ich will Glück haben. Bella kriegt Zitronen. Probieren wir mal. Ganz schön sauer. Du schaffst das, Bella. Ich glaube an dich. Oh, das ist ja mega sauer. Meine Augen. Ich kann nichts sehen. Wer ist das? Austin, bist du es? Oh, Mann. Oh, Marbella. Oh, nein. Was ist das denn? Das tut weh. Hilfe. Arme, arme Bella. Ich frage mich, was ich diesmal bekommen werde. Sieht so aus, als würde Austin was Interessantes erwarten. Arme, Austin. Probieren wir es mal. Nein, ich klebe fest. Nein, er fällt gleich rein. Okay, es kann losgehen. Was ist das denn? So nichts passiert, oder? Oh, oh nein. Ich stecke fest. Ich komme nicht mehr raus. Helft mir, bitte. Lass uns los, bitte. Nein, was soll das denn jetzt? Austin, jetzt stecken die alle fest. Nur wegen dir. Das ist so furchtbar. Hoffentlich kriege ich nichts Schlimmes. Hör auf zu jammern, Bella. Das wird ganz schön kalt. Oh ja, das wird ein Riesenspaß. Sieht wirklich kalt aus. Oh nein, mein Finger ist erfroren. Komm schon, komm schon. Okay, ich kann das schaffen. Ist das kalt. Hilfe. Schnapp sie, Austin. Wir müssen sie rausholen. Boah, ist die schwer. Das kannst du laut sagen. Leute, bitte holt mich hier raus. Oh nein, endlich. Lass uns gehen, Betty. Mach's gut, Bella. Hey, ihr könnt mich doch nicht einfach hier lassen. Irgendwie ist mir nicht gut. Na komm schon, Bella. Nicht schlapp machen. Bella kriegt eine Wassermelone. Einen ganzen Pool mit Wassermelonen. Ich will ein Stück davon. Oh sorry, da will ja jemand reinspringen. Was steht mir wohl bevor? Ich glaube, wir sollten ihr helfen. Bella, wenn du willst, kann ich es statt dir machen. Yeah, sie hat mir geglaubt. Mann, ist das ein Lecker. Was treibst du denn da, Bella? Ihr wolltet mich austricksen. Hat aber nicht geklappt. Diese Wassermelonen gehören mir. Mehr. Na komm schon, Austin. Wir warten auf dich. Was wird er wohl bekommen? Etwas seltsames. Aber hier ist doch gar nichts. Komm schon, Austin. Du schaffst das. Du schaffst das. Okay, es kann losgehen. Ups, das muss weh getan haben. Da ist ja gar nichts drin. Wie siehst du denn aus? Das tut voll weh. Sei vorsichtig. Jetzt ist es aber zu spät. Mach's gut. Na, was ist es? Was ist es? Was Leckeres, oder? Nun, wie sollen wir dir das sagen? Schmeckt nicht besonders gut. Ich würde sagen, was richtig Ekelerregendes erwartet dich da. Und stinkendes. Okay, ich kann das schaffen. Ach du meine Güte. Das sind ja Zwiebeln. Nichts wie raus hier. Ach du meine Güte. Ich weiß, was wir tun können. Wir müssen einfach diese Gasmasken hier aufsetzen. Wunderbar. Jetzt können wir Emma retten. Na, komm schon. Atmen. Oh, das war richtig furchtbar. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Meine besten Freundinnen. Tut mir leid, du stinkst. Hey, wo wollt ihr denn hin? Oh, Minno. Jetzt bin ich dran. Ich hoffe, es ist was Gutes. Was ist es denn? Oh, da hat ja jemand Glück gehabt. Eindeutig. Oh, das ist ja eine Menge Limonade. Oh, ich würde das alles austrinken. Ich hoffe, das ist nichts Abscheuliches. Oh, wow. Ich bin mir sicher, das ist was Leckeres. Ist das eine Flüssigkeit? Was ist das denn für eine Reaktion? Schau mal, was ich habe. Voll cool. Probier doch einfach mal. Ich soll das probieren? Ach so, das sieht aus wie Fanta. Das schmeckt auch wie Fanta. Was ist es diesmal? Sag es mir. Oh, verspricht ja gar nichts Gutes. Oh Mann, so viel Mehl. Wie, jetzt ist meine ganze Hand voller Mehl. Tja, was soll ich sagen? Viel Glück. Ich hoffe, ich kann es schaffen. Was ist das? Hey, was haben wir denn damit zu tun? Warum berieselst du uns? Oh, wow. Ich bin total weiß. Oh Mann, ihr seid ja noch weißer. Oh, wie konntest du denn nur so reinfallen, dass wir jetzt voller Mehl sind? Ich würde gerne wissen, was es ist, aber irgendwie habe ich auch Angst. Ach, mach dir keine Sorgen. Oh, ich würde gerne so ein Bällebad nehmen. Ich glaube, das wird ganz schön weich sein. Okay, ich bin bereit. Ich falle. Wow, was für ein Sturz. Bälle, wie cool. Ich kann sie herumwerfen. Ja, damit können wir spielen. Hey, beruhig dich. Hey, was macht ihr denn? Das ist voll gemein von euch. Ha, dir gefällt es doch, oder? Oh Mann. Nur weil ich so ein tolles Bällebad bekommen habe. Ja, komm schon, komm raus. Nee, ich will noch ein bisschen in dem Bällebad hier chillen. Na, was ist es diesmal? Sagt es mir einfach, was Leckeres? Was Lustiges? Na, ich weiß ja gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es wird sicher cool. Ein ganzer Pool mit Toilettenpapier. Du wirst das schaffen. Oh wow, das ist ja richtig schön weich. Hier, das ist für euch, Mädels. Ja, was sollen wir mit dem Klopapier anfangen? Willst du was? Nee, kannst du zurückhaben. Nee, das ist für dich. Hey, du. Ah, was ist das denn? Ne Mumie. Nichts wie bei Kia. Oh, na, endlich bin ich hier rausgekommen. Wo sind denn alle? Na, wie auch immer. Dann bleib ich noch ein bisschen in diesem Pool. Oh, ich hoffe, es ist nichts Ekliges. Bitte nichts Ekliges. Ich flehe euch an. Oh, was für eine Überraschung. Das wird sicher interessant. Oh, ich will das gar nicht erst anfassen. Ja, komm schon. Ist doch voll lecker. Sind das etwa Bienen? Okay, ich falle dann. Oh nein. Ist das etwa Honig? Emma, mach, dass du da rauskommst. Sofort. Hey, warte auf mich. Mädels, wo wollt ihr denn hin? Ach du meine Güte. Hier sind voller Bienen. Bitte lass mich in Ruhe. Emma, wir sind hier, um dich zu retten. Alles klebt an mir. Diese Bienen sind hinter mir her. Okay, wenn sie rumlaufen möchte. Hallo, Bienchen. Na, was ist es diesmal? Sag es mir. Was Gutes? Was Leckeres? Oh, da hat ja jemand voll Glück gehabt. Und wieso habe ich Honig bekommen? Ich bin voll eifersüchtig. Oh, so viele Orbees. Richtig cool. Also, da würde ich auch gerne reinfallen. Das ist voll ein Spaß. Na los, spring rein. Ja, ich bin bereit. Oh, wow. Was ist das denn? Voll unheimlich. Haha, das sind ja Orbees. Voll cool. Es macht voll viel Spaß, darin zu schwimmen. Gefällt mir. Ich würde auch gerne da abtauchen. Das mal noch so machen. Bitte, sag mir, dass es was Leckeres ist. Oder was Lustiges. Hey, das ist doch voll unfair. Ja, total unfair. Das sieht aus wie ein Kissen. Richtig weich. Und riecht köstlich. Das war's. Ich bin bereit. Ich falle. Wow, das ist ja mega weich. Was ist das denn? Oh, wow. Das sind ja Marshmallows. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wie wäre es denn mit ein bisschen Feuer? Mädels, was habt ihr denn vor? Das sind meine Marshmallows. Ich habe nicht vor, mit euch zu teilen. Boah, ist die gierig. Hey, du Geizhals. Komm zurück. Na, habe ich wieder Glück gehabt? Sag es mir. Ist es was Leckeres? Heute ist eindeutig dein Tag. Wir beneiden dich. Oh, schaut euch diese Nudeln an. Obwohl, so appetitlich sehen die gar nicht aus. Okay, ich bin bereit. Reinfallen. Wow, was ist das denn? Sind das Nudeln? Tatsächlich. Hm, voll cool. Die kann ich ja essen. Lecker Schmecker. Schmeckt das wirklich so gut? Ja, total. Ich würde einfach den ganzen Tag darin baden. Oh nein, ich kann mich nicht bewegen. Rettet mich. Wie sollen wir dich denn retten? Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich bin mit dabei. Soll das ein Witz sein? Wie soll mir das denn bitte schön helfen? Wir haben alles getan, was wir konnten. Lass uns gehen. Hey, das darf doch nicht euer Ernst sein. Dieses Eis sieht so appetitlich aus. Oh ja, und ich möchte es auch unbedingt probieren. Was ist schon toll an kaltem Eis? Scharfe Chili? Finde ich da viel besser. Aber hier fehlt noch etwas Schärfe. Mehr Pfeffer. Oh, Verzeihung. Mädels, könnt ihr nächstes Mal vorsichtiger sein? Na, endlich sind wir im Kino. Hey. Eintritt mit Essen ist untersagt. Gebt das her. So also, hier. Meine Hand, sie brennt. Was ist los? Hilfe. Gut gemacht, Zack. Was habt ihr angerichtet? Ich bin total nass wegen euch. Ich glaube, er muss ein bisschen abgekühlt werden. Der Weg ist frei, Leute. Kommt. Ist das kalt? Ich glaube, ich habe mich hier erkältet. Emma, hab was vom Popcorn. Aua, meine Zähne. Oh, das Popcorn hat sich in Eis verwandelt. What? Ich habe seit einer Ewigkeit kein Popcorn mehr gegessen. Äh, schmeckt ja seltsam. Schmeckt eher nach Kohle. Ich glaube, mit unserem Popcorn stimmt was nicht. Oh nein, wir haben ihn zu sehr gebraten. Meine Hand ist voller Asche. Glücklicherweise weiß ich, wie ich sie wieder sauber kriege. Oh, was machst du, Bella? Sowas macht man noch nicht. Das bedeutet Krieg. Emma, lade das Popcorn. Wir werden so einfach nicht aufgeben. Wir haben genug Kohle. Zack und Bella haben uns die Laune verdorben. Andy und Emma haben mich eingefroren. Emma, das ist für dich alles Gute zum Geburtstag. Danke sehr. Zeit für unsere Überraschung. Lass die Torte schmücken. Gute Idee. Lass uns die Kerzen benutzen. So viel wie möglich. Ich zünde sie an. Ist ja schön. Lass uns feiern gehen. Emma, hallo. Hallihallo. Ist die Torte etwa für mich? Ich will die Kerzen ausblasen und mir was wünschen. Es klappt nicht. Ich versuche es noch einmal. Oh, Menno. Andy, hilf mir mal. Das machen wir zusammen. Wir frieren gleich wieder. Ups, ich glaube, mit denen stimmt was nicht. Oh, ist das heiß hier. Ich puste die Kerze aus. Das wird die Sache besser machen. Was treibst du? Wir erfrieren doch ohne die Kerze. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Mädels haben ein Problem. Sorry, ich packe das weg. Bella, mach dir nichts draus. Ich habe was Besseres für dich. Oh, ist das schön. Ein echter Feuerkristall. Oh, ich habe es vergessen. Ich habe auch eine Überraschung für dich. Ein Eiskristall. Wow. Oh Gott, er ist wunderbar. Du weißt, was mir Freude bereitet. Mein Kristall ist aber trotzdem besser. Das glaube ich nicht. Ich habe Hunger. Oh, Pizza. Super. Hey, Finger weg. Die gehört mir. Wenn du nicht loslässt, friere ich deinen Schmuck ein. Was hast du angerichtet? Das war meine Lieblingskette. Oh nein, meine Ohrringe sind auch mit Eis bedeckt. Ich habe dich gewarnt. Das werde ich so nicht lassen. Ach, gut, dass ich eine große Cola habe. Emma, du brennst ja. Was machst du? Du hast meine Frisur ruiniert. Sorry, aber ich hatte keine Wahl. Danke, du hast mich gerettet. Na, endlich kann ich mich entspannen. Hm, hier fehlt doch etwas. Genau, ein bisschen Eis. Ein Eisbad ist genau das Richtige, um Energie zu gewinnen. Das wird ja heiß hier. Was ist los? Bella, du schon wieder. Hello. Sorry, ich brauche unbedingt heißes Wasser, um mir Nudeln zu kochen. Warte. Wie eklige Nudeln zu baden. Ich finde, das sieht appetitlich aus. Hier fehlt noch ein bisschen Soße. mehr Ketchup. Du hättest nicht unbedingt auf meinen Kopf zielen müssen. Ihr müsst zugeben, wir sind hier die Besten. Das werden wir in einem fairen Kampf erfahren. Challenge accepted. Seid ihr bereit? Zack, fang die Cola. Ihr schafft es sicher nicht, uns abzuhängen. Emma, gib Gas. Ist schon gut. Wir schaffen das. Von wegen. Unsere Mauer ist fast fertig. Ja, hier fehlen nur noch ein paar Dosen. Bella, fang die letzte. Oh nein, ihre Wand ist höher. Das muss ich ändern. Das ist nicht fair. Hier. Eure Cola verwandelt sich in Eis. Na also. Andy, hier hast du einen Handschuh. Damit werden wir uns sicher nicht verbrennen. Bella, die haben uns ausgetrickst. Ist okay. Das schaffen wir auch mit baren Händen. Oh, ich krieg meine Hand nicht mehr ab. Was machst du, Zack? Verzeihung, er ist nun mal so tollpatschig. Das war's. Ja,ぶziek. Das war's. Vielen Dank.